Guten Abend, ich begrüße Sie bei Frontal 21. Wir Deutsche halten ja viel von Versicherungen, Hausrat, Glasbruch, Unfallversicherungen. Doch einen wirklich hohen Wert versichern die wenigsten, ihre Arbeitskraft. Wird zum Beispiel ein Mann Mitte 20 berufsunfähig, verliert er ungefähr eine Million Euro. Den Preis seines Arbeitslebens. Tatsächlich muss jeder Fünfte vorzeitig aussteigen. Dagegen sollte man sich versichern. Doch leider heißt das nicht, dass dann schon alles gut wird.